herzlich willkommen zur folge von thüringen wir werden jetzt weitermachen mit der aussaat von raps ich danke schon mal allen fürs zuschauen und hat generelle kommentare anregungen tipps immer gerne gesehen ich habe mir gerade mal so schön gemacht wir müssen wir gleich mal die maschine reparieren intakte aufgleich vorbei sind ziehen wir alles durch wir werden auch gleich weiter auf der ernte fortfahren auf 60 auch noch nicht aber das kommt gleich ist ja nicht mehr viel hier ist etwas der ist voll mehr oder weniger also natürlich blöd anführungszeichen aber da ziehen wir drinnen aber ja freundlich so starten wir gleich durch und machen wir den ersten weg leer durch jede folgende frucht verband doch nie ganz alles gemacht fällt aber der massen hier auf da müssen wir jetzt eingreifen das heißt der roten immer ganz kurz den roten deaktivieren uns den schwarzen deaktivieren kurs blick dann fährt der rote weiter dann nehmen wir gleich mal das ende mit müssen ja gehen wir zu fuß und so viel klickt haben wir da auch ewigkeiten wir müssen mit den mit dem dunklen schwarzen mit der schrift zurückfahren überhaupt fährt er hier rein nach die fünf prozent lassen rohr ausfahren und dann zurückfahren ich wollte noch haben wir kaputt langsam wenn man ein bisschen rechts einfahren ist dann fahren wir den Kollegen Prost, war der Nachmittag und Hochstuhl 1.40 Dann bin ich auch fast fertig auf dem Feld Der Umwetter war noch zu spät Da könnte ein bisschen mehr, kann auch sein Wir würden gerade aktuell draußen Wetter ist Nicht so gut Jetzt werden wir gleich mal in den anderen rein zwitschen Jetzt wo man den gerade speichern muss So Jetzt wird schon mal hier rein Warum? 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 Ich kann doch nicht da weiter Aber auch Könnte da einen neuen Kurs könnte noch mal ganz kurz mal die schreiben und bei der war noch der regen verstärkt sich am nächsten da schon weiter die sirene laufen gehen und der führung abgesaugen oder dergleichen gibt hier paar ecken aber da haben waren sie beide haben sie das erneuert das ist nur ein bahngang im prinzip eine bahnstrecke wo sie praktisch mit der führung haben ist aber so gebaut dass im prinzip bei starken regen wenn es überall wasser einläuft und absaugt das kommt vor aber dann hört man sirene die feuerwehr los als autofahrer soll man so schlau sein und dann da nicht reinfahren denn wenn du den den strafen wahrscheinlich nicht mehr siehst dann ist das eindeutig positiv die gegend verkehr die versammel lieber und mitarbeiter von cosplay konzern die kennen da nix einfach mal stehen und guck mal unseren typen an hier der fertig ist so wie man so sieht das ist im grunde perfekt die ecke noch nicht aber der man auch kann verzichten jetzt kann man wachstum gerne kommen es ist mir egal selber reparieren packen brauchen wir nicht mal sehen wie ich das mit auffüllen wie blöcke ich weizen da müssen wir gleich schauen das ist jetzt sagt gut mehr vorne in den marken bei dem punkt zerwischt noch nicht einfach ich möchte ihn gerne voll vor sich stellen aber doch ganz ehrlich in einer anderen welt gewesen hinterher das geht zur abertur und hinterher auf 60 nachdem wachstum durch ist sollte mal passieren noch jemand fertig wo ist der lenkobusen ruppig dieser tanken brauchen wir nicht wir werden erstmal den weg nicht hinstellen das ist ungünstig wir werden mal im hinteren war ich hinstellen später ganz gut ungestört der ist fertig und der kommt mir angehen wir haben wir erstmal arbeiten wie kann es sein jetzt heißt es schätzen aber noch zehn minuten aber die erste folge zu lang ist die folge nicht machen ich wünsche mal allen einen schönen sonntag gestern war der samstag die fügel rufen da auch schon wieder wird hier sicherlich nicht hören mal das fleckchen nacharbeiten was vorhin liegen geblieben ist da ist ein klein mal höher jetzt haben wir noch die flache reparieren können da war noch eine ecke dann können wir hier sicherlich bald wachstum durchgehen und da werden wir mal richtig verbannt aussehen wenn wir hinkriegen da müsste eigentlich eine fehlermeldung kommen oder eine meldung vom vom KI oder mal das automatisch reparieren eine Drohne geflogen und macht die Temperatur jetzt habe ich meinen Filter ein bisschen zu stark gemacht ja das sehe ich gerade so dass ich äh teilweise durchsichtgefühlt naja gut wenn man nach der Aufnahme oder den Filter mit ändert naja das sehe ich gerade so ich bin auch zu erkennen aber T-Shirt schon schlecht oder Stuhl auch naja gut hat was gar nicht aufgefallen ja das geht ja das geht ja gut ich bin ein Filterkern von daher ist das nicht ganz so tragisch ja das sind Filter eigentlich noch nicht ganz einfach wo der Hintergrund verschwimmt also verschwommen ist im Prinzip und jetzt nochmal äh wo jetzt der Rand ist vom Stuhl ja gut das ist jetzt auch nix abhängen und jetzt werden wir gleich entleeren auf jeden Fall müssen wir hier noch was verkaufen wir haben ein gut gefülltes Lager ja dann können wir auch nix drüber gehen das haben wir gleich hinten an das haben wir gleich hinten an jetzt kommt ein Schuss da ist der Boxpunkt dann können wir gleich beide reparieren da gehen nicht zu klappen dann geht nicht zu klappen dann geht nicht zu klappen ja das geht nicht zu klappen dann geht nicht zu klappen Ich muss den Filter ein bisschen korrigieren. Ich muss den Filter auch ein bisschen kaputt. Das ist komisch. Zum einen kann man das Ding vorbewegen, aber zuklappen geht nicht. Umhänger aktiviert das. Kurs löschen. Check. Jetzt fahren wir Salvatore und tanken. So. Geht so, ne? Ich kann mich noch mal geistig vorbereiten, dass wir den düngen müssen. Lohnzahlung. Letzte Abrechnung um 11 Uhr. Mal da Wachstum kommen. Wie gesagt, kommt der Season-Mod und heißt das komplett. Naja, ist ja komplett. Da müssen wir komplett mehr aussehen. Das heißt, wenn ein Feld... Ich würde so aktivieren. Ich bestelle jetzt die Felder nochmal. Die 60. Wenn man es will, kann man ja stein durchlaufen lassen. Das ist auch wieder reif. Aber das wäre ja jetzt die Objekt Blödsinn. Wir haben noch zu tun. Wir haben auch hier für 12. Garantiert noch zu tun. Nachher können wir noch... Holz machen. Beide Sachen reparieren. Und tanken. Deugung. Gold zanken. Dann gleich in schwarzen Ruhe. Prost. Und dann gleich in schwarzen Ruhe. Und dann gleich in schwarzen Ruhe. Ideal wäre, wenn eine neue Karte kommen würde. Ein Update-Prinzip. Wenn praktisch... Mit dieses Mal zur gleichen Zeit kommen würde. Dann kann man gleich entsprechend da zu beginnen. Hier werden wir uns später mal ein kleines... Kleine Halle hinstellen. Und ein bisschen Geld haben. Wir hätten noch weiter getan. Einmal eine Karte gezippt. Gucken wir mal ein kleines.... So... Wollen wir mal ein kleines? so tun so lieben von der fahrt das haus freude gewesen sein gefallen ich danke fürs zuschauen ich würde mich freuen und wiedersehen tschüss und Winkel Winkel